Ich brauche Geld. Wofür denn, mein Junge? Ich möchte Drogen kaufen. Als Ausländer in Deutschland, das stelle ich mir ganz schön schwierig vor. Aufenthaltsgenehmigungen, Visa-Probleme. Ich bin Deutscher. Ja, das macht die Sache natürlich einfacher. Er ist verschwunden, der glatt in deinem Blick. Auf einmal, wolltest du nur anders sein als ich. Dich aufgeben, daran hätte ich nicht gedacht. Hab's so oft gesagt, ich lässer mich, mein Schatz. Ich muss Frau und ich bin.